Ich hab genug von Frauen in roten Dresses, ey. Die guckt auch schon so. Hallo. Oh, hier. Ich hab's Paradies gefunden, oder was? Moin. Welch mein jetzt ein Mann. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Hallo. Oh, hier. Das ist ja wundervoll hier. Ist das so diese Art Beruhigungstablette, die das Spiel zu bieten hat? Ja, nice, ne? Hallo, meine kleine Strandnixen. Ach, das ist aber schön. Das find ich ja faszinierend. Hallo. Vor allem mit der Musik in diesem typischen... Schick hier. Hallöchen. Hey, waren das nicht die Figuren von der Brücke? Hey, eine Referenz dazu. So, da geht's scheinbar weiter. Hier geht's... Jetzt wieder ein kleines Kätzchen. Hallo. Ah, hier geht's nicht weiter. Geht's da drüben weiter. Ich will diesen Ort ja eigentlich gar nicht verlassen, wenn ich ehrlich bin. Hier geht's tatsächlich weiter. Dieser Punkt oben rechts scheint anzudeuten, dass wir irgendwas geschafft haben. So, der hab ich mal schnell das Nichtl ausgeknipst. Hier war auch irgendein Geist scheinbar. Guck mal hier. Alter, nice, Chris. Ein asymmetrischer Dolch, der vor mystischer Energie pulsiert. Also noch ein Gegenstand. Okay. Aber mehr haben wir hier scheinbar nicht. Wir haben jetzt drei Sachen gefunden, mit denen wir immer noch nicht wissen, was wir damit anfangen können. Genauso wie mit diesen Medaillen davor, vor der Schule. Ist wahrscheinlich, um irgendwelche Bonus-Sachen hier freizuschalten oder keine Ahnung. Also sonst wären die aufgetaucht nochmal, schätze ich. Aber nach Bonus-Achievements bin ich ja eh nicht so auf der Jagd. Was haben wir denn hier? Ah! So, jetzt geht die Kerze... Hey! Kann man hier unter den Rock gucken? Was ist denn hier mit dir? Irgendwas muss man hier mit den Kerzen machen. So viel steht ja mal fest. Okay, wenn ich die Kamera nehme. Wenn ich vielleicht von weiter weg das fotografiere. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Nee, bringt überhaupt gar nichts. Super! Vielleicht müssen wir noch irgendwas machen, damit wir... Ah, hier, guck mal. Ich wechsle mal wieder aufs Smartphone. Das ist mir irgendwie lieber. Ah, hier haben wir noch was. Vielleicht müssen wir das alles absammeln hier, bevor wir die Kerze ausblasen. Es wird Blasen gesagt. Was ist denn hier? Jetzt habe ich die Kerze fotografiert. Bringt das jetzt aber irgendwas? Nee, ne? Vielleicht mit dem Blitz. Aber nicht. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier geschafft haben. Ein wunderschöner Platz. Aber ich fürchte, das wird gleich ganz anders aussehen. Okay, ähm... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was müssen wir denn machen? Ach, wir können hier hintergehen. Da sehen wir sie. Ja, kann ich leider nicht. Hm. Wir vielleicht dort drüben etwas übersehen? Oder können wir jetzt hier lang? Jetzt können wir auch hier nicht lang. Aber da ist doch irgendwas. Nee, es geht nicht scheinbar. Okay, ich verstehe das nicht. Okay, jetzt haben wir... Jetzt sind wir an einem Rätselpunkt, wo ich gerade nicht weiterkomme hier so richtig. So, hier haben wir den... Hier haben wir die Lampe hier ausgeknipst. Aber das hat uns nicht wirklich was gebracht. Weitere Kerzen hier haben wir nicht. Also... Hm. Nee, die geht immer wieder an. Hm. Okay. Ratlosigkeit durchzog meinen Geist. Dann gehe ich nochmal jetzt hier hin. Die Kerze hier brennt ja nicht, ne? Ach, guck mal, was haben wir hier? Ein Schlangenkopf. Ist halt die Frage, ob der... Ob der uns irgendwas sagt. Haben wir nämlich sonst nichts. Ich frage mich, ob das was bringt, wenn ich die Sachen fotografiere. Ob das irgendwas verändert. Hm. Scheinbar nicht. Na gut. Tja, Freunde. Vielleicht haben wir hier noch was? Haben wir hier noch einen Eingang? Bezweifle es? Nee, hier ist alles umzäunt. Okay, sprechen mit den guten Frauen hier kann man auch nicht, ne? Moin. Nee. Das war nix. Was ich gerne mal ausprobieren würde, wäre hier nochmal lang zu kommen. Aber irgendwie... Funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier lang kommen soll, aber das ist so... Das ist so wegmäßig hier, oder? Da scheint doch was zu sein. Ich meine, hier ist nicht umsonst so eine Klippe und diese Büsche. Ganz ehrlich. Können wir doch nichts versperren. Ach was! Fotosynthese, Junge! Oder D-Synthese. Keine Ahnung, was das Gegenteil ist. Da ist das Kätzchen doch schon wieder. Verstehe. Boah, Alter. Ich hätte hier noch stundenlang oben rennen können. Ich habe in dem Spiel echt manchmal Glück, so. Okay. Und nun? Dort. So, wir haben die letzte Kerze ausgeknipst. Das heißt, diese da sollte nun auch endlich funktionieren. Ach, wir müssen die anzünden. Ach, verstehe. So, genau. Die gehen jetzt wieder an. Und wir müssten eigentlich noch die andere anzünden irgendwie oder ausmachen. Die dort drüben, wo diese Steinstatue ist. So, die haben wir. Die haben wir jetzt erfolgreich ausgemacht, ne? Da kommen wir auch nicht weiter hin. Glaube ich. Ne, das funktioniert kein zweites Mal. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich habe hier meinen Timer vergessen, wie immer. So. Äh. Dann versuchen wir uns mal noch an der anderen hier. Die bei dieser Steinstatue war. Weil die brennt noch. Die müssen wir ausmachen und dann geht die da in der Mitte an. Und dann passiert irgendwas. Was? Ne, die ist aus? Die ist tatsächlich schon aus? Wo ist die andere? Wo ist die letzte? War die vielleicht dann doch da drüben? Haben wir die noch nicht ausgemacht? Doch, die haben wir eigentlich auch ausgemacht, oder? Oder müssen wir da noch was machen? Die haben wir eigentlich ausgeknipst. Wetten, die ist aus? Wetten, die ist aus? Ja, die ist auch aus. Da passiert auch nichts mehr. Alles klar. Aber bei dem anderen war noch ein Hinweis. Jetzt lade ich hier wieder zurück. Alter, ich könnte ausrasten. Alles klar. Es geht darum, die anzumachen. Hier kommen wir... Nee, es gibt keinen anderen Weg mehr. Es gibt nur diese drei... Weil es ja auch drei Kerzen gibt. Und jetzt weiß ich nicht, von was genau wir hier... ...ein Foto machen müssen. Vielleicht von dieser... ...von dieser Statue. Wenn ich... ...die Sonne ist irgendwie weg. Das ist das Bild hier aus dem Ladebildschirm, ne? Ach, guckt mal, die Frau... ...die guckt uns an. Okay, aber das... Ah, guck mal. Wir müssen vielleicht den Engel hier zusammensetzen. Irgendwie. Müssen der Figur vielleicht Flügel geben? Warte mal, das können wir auch von hinten mal probieren. Das kann's sein. Bin mir nicht sicher. Vielleicht ein Schlangenkopf. Ah, wir müssen das hier... Warte mal. Das ist ja vollständig zusammensetzen. Hm. So ganz cool sieht das nicht aus, ne? Als ob das irgendwie... Können wir hier vielleicht rauf? Nee. Können wir auch nicht. Ah, hier ist definitiv noch was. Und von hier sähe es auch so aus, als ob die Flügel... Naja, so ungefähr gleich groß sind zumindest. Jetzt haben wir's. Boah, diese Foto-Zusammenfüg-Rätsel sind echt hart, ey. Ich bin erstaunt, dass ich mir noch nichts angucken musste hier, um weiterzukommen. Und jetzt brennt die Kerze. Jetzt brennt die Kerze nicht? Wollt ihr mich verarschen? Und jetzt? Jetzt gucken wir mal an den Dateien. Schon wieder diese Kerzen. Ja. Aber brennt... Brennt die vielleicht? Haben wir sie jetzt vergessen auszuknipsen? Ja. Ja. Oh oh. Oh oh. Und schon verwandelt sich dieser schöne Ort... An einen Platz... Zu einem Platz des Grauens. Die schönen Frauen sind weg. Die Lieder verstummen. Oh Gott, und die Geräusche verfolgen uns wieder. Uns bleibt nur der Schein der Kerzen. Der uns einen weiteren Weg öffnet. Hin zu Grabmählern. Wie schnell sich dieses Spiel wandelt, ist unglaublich. Krass.